Das erste Quartal 2019 war ein absolut beeindruckender Start ins Jahr für Bechtle. Ungeachtet der verhaltenen Konjunktureinschätzungen der Wirtschaftsforschungsinstitute und der nachlassenden gesamtwirtschaftlichen und branchenbezogenen Wachstumsdynamik in Deutschland wie auch in Europa zeigen unsere Geschäftszahlen bisher noch keine Spur einer Eintrübung. Ganz im Gegenteil, wir konnten unseren Umsatz in den ersten drei Monaten 2019 um sage und schreibe 29,8 Prozent auf über 1,2 Milliarden Euro steigern. Erstmals ist es uns damit gelungen, bereits in einem ersten Quartal die Umsatzmilliarde deutlich zu überschreiten. Ein großes Kompliment an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Bechtle-Gruppe, die ganz hervorragende Arbeit leisten und mit ihrem exzellenten Know-how unsere Kunden überzeugen. Selbstverständlich machen sich in diesen sehr starken Zahlen unsere strategisch wichtigen Akquisitionen aus dem Vorjahr bemerkbar. Aber auch das organische Umsatzwachstum entwickelte sich mit plus 15,3 Prozent sehr erfreulich. Und auch ergebnisseitig setzen wir die positive Entwicklung fort. Das Vorsteuerergebnis, kurz EBT, legte kräftig zu und stieg um etwas über 27 Prozent auf 45 Millionen Euro. Die EBT-Marge blieb mit 3,6 Prozent nur knapp unter Vorjahr, vor allem ein Effekt aus unseren Akquisitionen im vergangenen Jahr. Bereinigt liegt die Marge leicht über Vorjahr. Wenn wir auf die beiden Segmente von Bechtle blicken, konnten wir mit unseren IT-Systemhäusern und Managed Services im ersten Quartal um 18,8 Prozent auf über 782 Millionen Euro wachsen. Organisch lag die Umsatzsteigerung bei sehr guten 16,6 Prozent. Erfreulich dabei ist, dass wir nicht nur in unserem Heimatmarkt Deutschland stark zulegen konnten, sondern auch die ausländischen Systemhäuser deutlich zu dieser Umsatzentwicklung beitrugen. Klarer Wachstumsmotor aber war in den ersten drei Monaten das Segment IT-E-Commerce. Hier konnten wir den Umsatz um 54 Prozent steigern. Selbstverständlich wirkt sich dabei die Akquisition der französischen In-Mac-W-Store spürbar aus. Aber auch organisch legte der Umsatz um sehr gute 12,3 Prozent zu. Nahezu alle Länder konnten dabei zweistellig wachsen. Besonders stark entwickelten sich jedoch unsere Gesellschaften in Benelux, in Großbritannien und in Italien. Und noch eine weitere Entwicklung ist überaus erfreulich. Zum Stichtag 31. März 2019 waren bei Bechtle 10.334 Mitarbeiter beschäftigt. Das sind 1.707 Menschen mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das entspricht einer in Zeiten des Fachkräftemangels wirklich beeindruckenden Steigerung um fast 20 Prozent. Für meine beiden Vorstandskollegen und mich beweist unser Geschäftsmodell gerade vor dem Hintergrund der sich eintrübenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einmal mehr seine Stärke, Robustheit und nicht zuletzt seine konsequente Zukunftsorientierung. Mit dieser Stärke blicken wir optimistisch auf den weiteren Jahresverlauf und bekräftigen die Prognose für das Gesamtjahr 2019, Umsatz und Ergebnis sehr deutlich zu steigern. Ich freue mich sehr auf die kommenden Monate und eine Fortsetzung unserer herausragenden Entwicklung. Ich freue mich sehr auf die kommenden Monate und ich freue mich sehr auf die kommenden Monate und